so liebe leute mein test fazit zum nvidia shield so hoch es ist ein wunderbares gerät für die alljenigen die gerne zocken wollen und unterwegs zocken wollen auf der couch zocken wollen gelangweilt sind von der katze weil die andauernd nur pennt wie spotty es jetzt gerade wieder tut aber naja mein gott dieses ding ich war früher ein großer verfechter auf der toilette mit meinem nintendo gameboy herum zu spielen damit ist nichts anzügliches gemeint sondern wirklich ein gameboy aber jetzt kommt das hier ein spiel ich konnte das erstmal ein bisschen testen habe mir das importieren lassen aus amerika und muss sagen es ist ein hervorragendes spielzeug nicht nur weil man diese metall oder diese rückplatte einfach gegen werfen kann und somit gesehen auch noch ein physikalisches kleines spielchen in hand hat sondern weil damit man wirklich cool android games zocken kann ich habe es nur unter android ausprobiert es gibt noch eine weitere funktion die werde ich in zukunft oder besser später nochmal beleuchten und ich hoffe auf eine unterstützung von einer redaktion noch wird sie nicht verraten aber auf alle fälle der controller liegt satt in der hand und man kann damit wirklich zocken anders als wenn man zum beispiel mit einem tablet zocken würde zum beispiel einem ipad oder eben halt anders gearteten tablet da müsste man ja ständig auf dem display herum wischen um ihm halt die knöpfe zu drücken und ich bin kein fan von virtuellen gedrücke auf einem bildschirm ich brauche er physische buttons analog sticks triggers trigger den man ihm halt viel dosierter zum beispiel gas geben kann ja so gesehen physisch und haptisch ist natürlich eine bombe leider das kann man auch sehen sind momentan noch nicht so viele spiele die ihm halt nvideas shield unterstützen da sorgt nvidea selber schon etwas dagegen und zwar haben sie nämlich die sdk eben halt oben ins haus gemacht und so dass jeder ihm halt das programmieren kann oder ihm halt seine spiele eben halt anpassen kann an die ganze shield hardware leistungsmäßig ist das auch eine bombe der tecra 4 er schießt alle smartphones die aktuell gerade auf dem markt sind vollkommen ab sieht man auch an den benchmark werten natürlich sind da noch nicht die top aktuellsten die kommenden smartphones mit drinne zum beispiel das unizit 1 das lg g2 und you name it die werden sicherlich an der leistungs lücke ein bisschen knabbern so dass es wieder ein bisschen enger wird aber das tecra chip im nvidia schielt ist absolut top und reicht vollkommen aus und mir mal die ganzen gegen zu spielen eine funktion konnte ich noch nicht testen und zwar das ist nämlich dieses pc streaming mit dem pc streaming könnt ihr dann steam spiele zum beispiel auf pc starten und sie hier drauf weiter spielen oder eben halt spielen wie auch immer wie das ganze funktioniert weiß ich noch nicht genau ich habe schon zwar wie sehr viele videos gesehen und auch mit freundlichen redakteuren nicht mal gesprochen die das schon mal austesten konnten und es soll sehr gut funktionieren die meisten haben das wahrscheinlich schon unter borderlands die journalistische kollegen borderlands ausprobieren und das funktioniert einfach tip top ich bin gespannt darauf auf alle fälle als gaming device mit android plattform ist das schielt absolut zu empfehlen bisschen blöd ist es dann wenn man auf webseiten herum surft und man dann den touchscreen nämlich verwenden müsste jetzt schreit er hier schon nach mir das als touchscreen zu verwenden in youtube videos zum beispiel ist natürlich ein bisschen blöd man passt immer mit seinen fingern hier im hand drauf rum und es hält sich dann auch ein bisschen komisch vor allen wenn es dann auch irgendwann mal in die hochkantformate dann im heilen hinein geht aber alles im allen super gerät und als portabel ist die weiß absolut gut zu gebrauchen man kann es sich auch vorstellen dass man dann vielleicht die katze müssen unterhält indem man ihr das einfach so hinhält und da irgendwelchen kehrt konten darauf laufen lässt weil fazit noch mal wiederholt wenn wir schielt absolut geiles produkt man kann es kaum abwarten dass es auch in deutschland erhältlich ist oder ihr geht jetzt momentan eben halt den umweg dass er es aus amerika importiert das ist ja mittlerweile auch möglich alle weitere informationen zum schild und auch den ausführlichen testbericht nur als android gaming device noch mal zu erwähnen gibt es natürlich bei mir auf der webseite unter www.gadgetemagazin.de